Die Aufnahme hat begonnen und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Sankenland-Update auf unserem Kanal. Erklärungsnot war eine Wenigkeit im Hortedien. Ich hoffe, ihr versteht alles und das funktioniert alles ton-technisch. Wisst ihr, ist immer ein bisschen ein Problem, aber wir sind ja auf Steam, das müsste eigentlich funktionieren. Ja, mehr Details zum bevorstehenden Update. Am 27. November wurde diese Update-News veröffentlicht. Wir sind einen Tag später. Leute, es ist leider bei uns gerade große Erkältungswelle, wie wahrscheinlich bei vielen. Ja, wir kommen nicht eher dazu, aber heute widme ich mich dem Update mal. Liebe Spieler von Sankenland, wir haben aufgrund Updates in Arbeit, von deren wir glauben, dass sie euch gefallen werden. Aber zuerst ist es Zeit für die Steam Awards. Wenn ihr euch das Spiel von Sankenland Spaß gemacht hat, oder Spaß macht, würde ich sagen, und ihr unser Spiel unterstützen möchtet, nominiert bitte Sankenland in den Kategorien, die euch am besten passen. Das würde uns die Welt bedeuten. Wir haben echt eine interessante Schreibweise. Auf unserer Seite sind wir entschlossen, Sankenland kontinuierlich zu verbessern und hier ist ein schnellerer Überblick darüber, was im nächsten großen Update kommt. Neues Waffenschmiedesystem. Jetzt habt ihr die Chance, die kaputten Waffen eurer besiegten Feinde aufzuheben. Diese Waffen können in verschiedenen Teilen wie Kolben, Magazine, Zielfernrohre und Läufe zerlegt werden. Dann könnt ihr diese Teile zusammenfügen, um eure eigene individuelle Waffen zu erstellen. Es ist eine unterhaltsame Möglichkeit zu kombinieren und zu sehen, was dabei herauskommt. So. Entschuldigung. Gleich der erste Punkt ist absolut Highlight für mich. Finde ich mega geil. Ich habe mich immer gefragt, warum die Gegner Waffen fallen lassen, die man nicht benutzen kann. Natürlich sind wir die Early Access und natürlich lernen auch die Entwickler von Update zu Update, von Feedback zu Feedback der Fans gewisse Dinge mit. Aber da war es wirklich für mich so, dass ich gesagt habe, okay, warum kannst du die Waffen nicht nutzen? Wenigstens als Schrottteile oder hätte es dafür irgendwelche Teile gekriegt. Jetzt ist das tatsächlich möglich und wir können sie jetzt noch zerlegen. Also das heißt, ihr kriegt nicht eine Ressource, sondern je nachdem mehrere Ressourcen und können die dann wieder kombinieren zu neuen Waffen und das finde ich geil, weil das fehlt auch in dem Spiel, finde ich. Es ist ja so ein bisschen, äh, ja, Waterworld angelehnt auf jeden Fall, aber auch so ein bisschen so Steampunk mäßig, ne? Und gerade so dieses, äh, nimm was du hast und arbeite damit ist ja gerade so dieses Thema dieses Spiels, ne? Ist halt eine verlorene Welt, du bist am Arsch, vieles unter Wasser. Abgesaufen und, ja, da Dinge zu kombinieren, um dir eigene Waffen zu bauen, das hat mir ein bisschen gefehlt. Das war auch cool, dass es vorgefertigte Waffen gab, auch wenn das Aiming und so, brauchen wir jetzt nicht wirklich drüber reden. Das muss überarbeitet werden, ne? Die Hitbox und so weiter. Aber die Idee einfach, die Waffen dann auch selbst zu kombinieren und daraus neue Waffen zu machen, finde ich dadurch mega geil und das hat gefehlt und das ist sehr, sehr, sehr gut, dass das jetzt endlich kommt. Änderungen am Fortschritt im Spiel. Wir optimieren, wir optimieren, wie ihr euch im Spiel bewegt, um die Dinge interessanter zu halten. Jede Region wird ihre eigenen Ressourcen, neue Technologien und Herausforderungen haben. Wir fügen auch neue Orte hinzu, die erkundet werden können und aktualisieren einige der alten. Das solltet euch beim Spielen eine frischere Erfahrung bieten. Auch das ist sehr, sehr schön. Also neue Orte war ja klar, das haben sie ja das letzte Mal schon angekündigt. Das kommt natürlich jetzt, ähm, dass da neue Orte hinzugefügt werden. Und, äh, dass jede Region ihre eigenen Ressourcen hat, finde ich auch ganz geil, weil bis jetzt war es so, du hast eigentlich, sagen wir mal, fast überall verstreut Eisenerz gefunden, Kupfer, das gab es ziemlich oft auf vielen Inseln. Dafür gab es aber zum Beispiel Baumwolle nicht ganz überall und so weiter und so fort. Und jetzt hast du da halt, ja, Gebiete, wo du genau weißt, da kannst du hin, um das und das zu formen. Das finde ich schon mal eigentlich ziemlich cool. Also das gefällt mir auch besser. Unterstützt für differenzierte Surfer, für diejenigen, die etwas mehr Kontrolle mögen, fügen wir die Optionen zu, um eigene Spielersurfer einzurichten. Sehr, sehr geil. Ihr könnt ihn überall platzieren, wo ihr euch, ne, warte mal, Spielsurfer doch. Ihr könnt ihn überall platzieren, wo ihr möchtet und wir werden Anweisungen bereitstellen, um euch bei der Einrichtung zu helfen. Das heißt, wir können jetzt eigene Surfer machen. Gibt es ja oft so Community-Surfer, bei Orkobstas kannst du suchen. Und da können wir jetzt eigene Surfer machen, konnten wir auch vorher schon, aber wird wahrscheinlich nochmal überarbeitet, wo wir eben jetzt, ähm, ja, unseren eigenen Surfer zur Verfügung stellen. Und es schön wäre, liebe Entwickler, bitte, 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 mach das, äh, dass man, äh, sag ich mal, dass jeder auf den Surfer zugreifen kann. Also gutes Spielturn und der Klunkertrache spielen ja mit mir und auch, äh, manchmal, seltener Michel. Wie gesagt, Michel, Grüße gehen raus, falls du siehst, tut uns ja leid. Zeitlich ist es gerade echt schwierig. Wieder mal, ähm, gerade auch krankheitsbedingt, das ist echt schwer. Wir schaffen es ab und zu mal ein paar Demos aufzunehmen, aber mehr ist halt nicht. Wir haben noch ein paar Projekte im Puffer mit dem Michel, zum Beispiel im Bossrush-Kampf und so weiter. Das steht auch noch, falls du siehst. Glaube mir, steht noch, wir haben es im Kopf, wir wollen es gerne machen. Wir haben auch Bock auf Co-Keeper. Es ist momentan echt schwierig, aber wir kriegen alles irgendwie hin. Genau, und da wollen wir ja auch mit Michel hier und dieser Sankenland, haben wir was vorbereitet, wollen wir auch noch eine Aufnahme machen. Und das ist natürlich cool, aber es ist schwierig, weil immer ich nur das ganze Zeug vorbereiten kann. Und wenn ich keine Zeit habe, dann, ähm, wir wollen eine Aufnahme machen, haben wir nichts und das kostet uns Zeit. Deshalb wäre es unglaublich wichtig, dass die anderen auch auf den Surfer zugreifen können, auch wenn ich nicht online bin. Das wäre unglaublich geil, wenn er das einbaut. Aber vielleicht ist es ja mit drin, wir werden es sehen. Wir werden euch auf den Laufenden halten, wenn dieses Update bereit zum Start ist. Vielen Dank für eure fortlaufende Unterstützung. Das bedeutet uns alles. Wenn ihr Fragen habt, natürlich dann wieder auf Steam oder Discord. Super geil, gibt es auf jeden Fall sofort eine positive Bewertung. Ich mag an dem Spiel sehr, dass sie dich auf dem Laufenden halten, dass sie immer versuchen, äh, Content zu liefern und vielleicht auch sehr, sehr viel von den Fans annehmen. Das hat auch Co-Keeper schon gemacht. Ähm, das war auch, das ist auch gut so immer, wenn die Leute mit den Spielern agieren. Weil die Leute sind quasi die, die das Spiel am Laufen halten. Und wenn die irgendwas auszusetzen haben, außer sie ist jetzt völlig sinnlos, aber ansonsten, äh, haben die ja immer gute Ideen und die sind ja im Spiel drin. Ne, so ein Entwickler hat auch nicht immer die Zeit, alle Details. Und das darf man auch nicht übel nehmen, auch wenn es in dem Spiel Fehler gibt. Haben wir ja auch selbst gesagt, es ist eine Early Access. Wir wussten, dass wir eine Early Access spielen. Und da darf es Fehler geben. Das ist vollkommen normal. Aber ich finde es halt cool, wenn sie dann drauf eingehen, gerade auf so Kritikpunkte, die wichtig sind. Und ich finde die schon mal sehr, sehr cool. Und bis jetzt kam auch immer gutes Zeug, wo man wirklich, äh, sagen kann, okay, die nehmen es wirklich ernst und die versuchen das Spiel einfach auch kontinuierlich zu verbessern. Und das ist schön. Das ist schön, äh, ja, dass die mit uns da so kooperieren, Leute. Schreibt mal rein, was ihr findet oder was noch kommen muss im nächsten Update. Das ist ja ein großes Update. Also ihr kommt ja noch viel, viel mehr. Allgemeine Optimierung und Unterstützung für TTC der Server. Das haben sie ja, Alpha, ganz, ganz wichtig. Das haben sie ja noch mal aufgenommen. Und Gebiete zur Erkunden haben sie ja noch mal aufgeschlüsselt, was es da gibt. Aber das ist ja nur wieder eine Vorinformation. Das kann sein, es ändert sich dann noch mal. Und was dann das eigentliche Update wirklich bringt, werden wir sehen. Wir sind gespannt. Wir spielen im Hintergrund tatsächlich noch Sankenland ab und zu. Ich zumindest, äh, Sammelressourcen bereite vor. Wir haben jetzt groß keine Aufnahmen gemacht, weil für die Aufnahme, die wir machen wollen, brauchen wir eben, ja, zwingend Michel. Und er hätte auch Zeit, das weiß ich. Aber bei uns war eben nicht die Möglichkeit, dass wir zu viert online sind und das durchziehen können. Auch bei Co-Keeper steht noch aus ein Musikvideo, sag ich mal dazu. Sollte jemand von euch, der sich dafür beworben hat, dieses Video sehen, auch da möchten wir uns entschuldigen. Wir haben es auf dem Show. Wir haben, wir sind in Vorbereitung, sag ich mal. Aber es ist leider, wie gesagt, wirklich zeitlich gerade echt schwer. Wir haben es ein bisschen einfacher vorgestellt, aber wir bleiben dran und wir kümmern uns. Es wird stattfinden, definitiv. Und, ähm, bitte verliert die Lust nicht und habt Geduld. Wir werden uns Mühe geben. Aber es wird stattfinden. Es ist auf jeden Fall auf unserer Agenda, meine lieben Freunde. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr gebt einen Daumen nach oben. Ich denke mal, Old Dead Gaming, Grüße gehen raus an dich. Äh, war auf jeden Fall wieder schneller mit dem Update. Ist aber mir egal. Ist ja ja kein Wettkampf, aber ist immer lustig, so dieses Gebettel. Ähm, ja, Grüße gehen an dich raus. Du wirst sicherlich auch lesen. Ähm, und ansonsten sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen da und abonniere den Kanal, dass ihr nichts mal verpasst. Und, äh, ich sag tschönen Böö.